Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt im Raum. Keiter, Joerl, Krebs und Puckdorf. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiner, das war ein Befehl. Wer schickt Sie? Das hier ist Baden, Sie meinen Befehl zu widersetzen. So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Statt Feiglinge, verreicht ein Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militärmalationen nur verhindert. Es hat mit jedem nur assistive Widerstand in den Weg geleckt. Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rauber erobert. Verräter. Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen werden, es...